die wir gefunden haben beim letzten mal und gehen rein hier ins Getümmel Gucken wir uns das nochmal an, ich habe nämlich jetzt einen anderen Bart und eine andere Brise Na du sacke Sicht So dann wollen wir mal Wie auch immer So das ist das erste was wir machen, wir zerlegen seinen Körper Danach müssen wir die Leiche zerstören Weil die uns vergiftet und dann werden wir uns heilen vom Gift Und gucken ob wir vielleicht So und jetzt weichen wir erstmal aus ein bisschen Macht bitte was sinnvolles So ich kann den scheiß blocken den er da macht Und jetzt können wir angreifen Das hat Schaden gemacht Komm Macht bitte einen sinnvollen Angriff für mich Sehr gut So der erste So der erste Hat wieder gut gesessen So der erste Kevin gleich Ausweichen 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 Wieder ausweichen Die Todeskugel wieder Gib mir deinen Kopfstoß Geht Geht Valüse 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 Na ja du bist ein Penner ich weiß Gib mir einen vernünftigen Angriff Vernünftig sage ich Blocken Blocken Sehr unkooperativ Das heißt wir machen es jetzt ein bisschen anders Wir blocken seinen ersten Angriff wieder Nein Das ist das Problem meiner Sachen Jetzt macht er was Cool Damit klingt man Jetzt habe ich dich nicht nehmen Sack Penner du So jetzt Jetzt kommt er von mir weg Okay Das finde ich überhaupt nicht geil Guck mal wieder her Hey Hallo Hallo Okay Sackgesicht Na ja das haben wir wohl hingekriegt hier würde ich sagen Oh da kommt er wieder Jetzt zerhacken wir ihn wieder So hier ist der Kadaver den wir zerstören müssen Weil der uns vergiftet Ja Ausweichen Was ist das? Gegen gift? Ne Glocken wieder Ausgewegen Paralyse Kann schon Was macht der gift? Ja der Boss ist ein bisschen eingeschränkt von seinen Fähigkeiten Weck gesessen Weck gesessen So zum Ausweichen nehme ich immer ganz gern die niedrige Haltung Weil die mehr I-Frames hat und die bewege mich auch weiter weg Zum angreifen aber lieber die mittlere Haltung Zum angreifen aber lieber die mittlere Haltung Weil Ich muss ein bisschen mehr Schaden machen Ausgewegen So ich bin hier noch vor Die machen mal so einen Nahkampfangriff Das ist kein Nahkampfangriff Das ist ein Fernkampfangriff Jetzt macht er das Tja das war's Tja das war's Achso ich kann gar nichts nehmen wenn ich voll bin I see So was haben wir denn gekriegt? Rüstung des Vasallen ist besser als das was ich hab Ja Oh euch 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 Vielen Dank.